Das ist Kleine Maus. Kleine Maus ist ein Tauberhund und wir haben die Kleine Maus gerettet, als sie ein Welpe war, damals auf Zypern. Wir wissen bis heute nicht, ob man genau damit die Geschäfte macht, aber wir haben beschlossen, diesen Taubenhund aufzunehmen. Kleine Maus ist immer lebensfroh, Kleine Maus ist aber auch immer ängstlich. Kleine Maus braucht ganz viel Anschluss. Kleine Maus braucht ganz viel Liebe. Kleine Maus braucht immer einen Menschen, der für sie da ist und einen Menschen oder mehrere, am besten eine Familie, die sich immer lieb um sie kümmert und ihr ganz viel Sicherheit gibt. Kleine Maus braucht keine Leine. Kleine Maus ist gerne schmutzig und Kleine Maus hört absolut nicht. Kleine Maus ist ein guter Begleiter für jeden Musiker. Die Familie möchte jetzt nach Thailand ziehen, das Land verlassen. Man regelt alles, dass die Kinder dort wohlbehalten ankommen, in die Schule kommen, dass wir einen Beruf ergreifen. Und was machen wir jetzt mit der armen Taubenmaus? Das ist eine große Reißprobe, deswegen soll sie in gute Hände kommen.